Willkommen zu Rundfölge Weil wir so hier bei Darkseiders 2 Mitten irgendwo und nirgendwo Und ich hab so Eigentlich wollte ich jetzt einfach mal so hier runterspringen Aus Lust und Dumm-Diedl-Dai Ja, aber das wollen wir jetzt Nicht so sehr Nein, wir gehen jetzt Mal kurz auf die Garte Ja, tolle Garte Jetzt Und hier Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir Das haben wir nicht Ja, mal nehmen wir noch unseren Schnellspeicher Schnellreisepunkt, hast du nicht gesehen Und dann werden wir mal gleich hier wieder zurückgehen Auf die Straße und dann von da aus Nach Süden und dann haben wir es Eigentlich Hamas oder Hamas nicht So, hier war glaube ich auch alles Entdeckt, ne, hier war alles Hier waren wir Ja, wir waren hier Ziemlich gut So, jetzt müssen wir aber mal nach Draußen gehen Wo ist jetzt draußen gewesen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen Hier Von meiner Seerichtung ausgesehen Links Okay, über den Weg drüber muss ich Ja, links Da muss ich lang Na dann Werden wir uns mal kurz ein bisschen Randäschen müssen hier Halalaludu Hakabachu Sesam Sag ich So Ja, genau Hier sind wir Ich hätte mich eigentlich gleich an den Eingang Poppen können Das wäre besser gekommen als das jetzt hier Wend mal, wo ist jetzt hier der Aufgang? Der war nicht hier Der war Da, genau Hier kann man auch Simply Simply und clever kann man hier hoch Wuhu Sesam Sag ich Dum Dum Bam Kachu 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 Tja 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 Er kam noch nicht mehr Der Klopf Klopf Knopf So schnell war ich hier Die Schattenklamm Der Schattenklamm Hast du nicht gesehen Hap Bam Ich drücke mal Alt ein bisschen zu spät Ich glaube dieses Bam War jetzt so richtig Scheiße laut Bam Oh ne Bam Uh Wir wollen welche was abhaben. Und hier sind keine von diesen komischen, hast du nicht gesehen, Kreaturen. Wuhu. Und nächster, wer will es abhaben. Bam. So, komm schon, die wollen auch was. Wuhu. Badawum. Ich liebe diese Keule, die ist cool. Und vor allen Dingen hat die noch so ein übelstes Lachen drauf. Haha, also nach dem Motto, ich mache euch alle tot, Keule. Ja, die Keule fetzt wie das Vieh. Und hier muss ich ja wieder auf die andere Seite. Wo kommt man hier hoch? Hier. Klettern, 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 schneller. Und hier müssen wir durch. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht dann wiederkämpfen. Nope. Diesmal nicht. Warte mal, komm mal auf die andere Seite. Nein, okay. Jetzt zumindest noch nicht. Vielleicht später. Wuhu. Bam. Ist hier ein Hebel. Wunderbar. Damit man später ein bisschen schneller hier durchkommt. Hätte ich von vorher marktivieren können. Aber na gut. Ich war halt noch nicht ganz so geistesgegenwärtig in diesem Moment. Aber von Zeit zu Zeit habe ich meine hellen Momente. Helle Momente. Das ist allgemein auch so schön gesagt. Der Fjord. Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Und da haben wir wieder Gegner. Wuhu. Booyah. Und er fliegt. Das ist geil. Die Teile zerfetzt es nicht. So. Radazank. Buh. Oh, scheiße. Das ist jetzt beschiss. Und er fliegt. Oh Gott. Fetzt das. Hoffentlich haben die hier jetzt keine. Wenn wir mal mit dem Pferd hin reiten hier. Ob die Gold oder sowas fallen lassen haben. Hier müsste eigentlich Gold liegen, oder? Nö, dann doch nicht. Gut. Und trotzdem müsste ich mal fix auf die Karte schauen. Gute alte Karte. Okay, hier müsste ich rechts auf alle Fälle einen kleinen Abstecher machen. Damit ich die Karte 1a erkundet habe. Irgendwas leckt mal wieder gewaltig. Und ich habe so das Gefühl... Jetzt. Okay, es funktioniert doch noch. Oh, Alter. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Fuck. Meine Güte. Ei, hier ist was. Hier, was zum Mitnehmen. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da hin? So, jetzt muss ich... Oh, was ist das denn? Hallo, Golem. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich wollte gerade fragen, wer du bist. Genau. Ja, ja, was? Was ist gut? Oh, kann ich dir... Hunger wonach? Genau. Nur auf die besten Steine. Oh. Ich kann diese Leckerbissen anziehen. Locken. Aber es ist Jahrhunderte her, welche in Reichweite waren. Na dann. Äh, ich muss hier auf meinen Herrn warten. Ich werde verhungern, wenn mir niemand hilft. Dein Volk steht am Rande der Vernichtung. Und du bittest mich, dich zu füttern? Wenn es nicht zu viele Umstände macht. Nimm das. Es wird den Stein zu dir führen, sodass du ihn mir bringen kannst. Dann werde ich ihn mit großem Vergnügen essen. Moment, was war das? Ah, okay. Ich bin mit Headset hier rangekommen. Gut. Ähm. Kreationen essen. Ist, ich bin nicht wie andere Kreationen. Oh. In meiner Gestalt hat das Leben Wurzeln geschlagen. Oh. Ich muss gefüttert werden, sonst würde es mich verzehren. Oh. Oh, und das wollen wir natürlich nicht. Äh, und dein Herr? Was ist mit deinem Herrn? Von ihm rede ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ihn. Oh. Ah, das ist nichts zu tun. Jetzt bin ich hier gefangen. So. Und na dann, warten wir mal kurz. Du bist schon hier. Äh, warte? Okay. Okay. Haha. Oh, deshalb kommt er nicht weg. Lockstein. Äh, finde mysteriöse Steinbissen. Widerstandssteinbissen. Und so weiter. Gut. Lockstein. Dafür sind die Dinger also gut. Der Lockstein verbindet sich mit einem bliebigen getroffenen verzauberten Stein und zieht diesen zum Besitzer hin. Schließen sie mit Erlösung, oder schießen sie mit Erlösung auf einen verzauberten Stein, um ihn zu erwecken. Der Lockstein macht dann den Rest. Na, super. Dazu sind die Dinger also gut. Schön, dass wir hier wenigstens einen haben. Ja, nu. Ach so. Das ging ja einfach. Einen einzigen Steinbissen. Super. Jetzt muss ich aber noch die ganzen anderen Dinger finden. Was jetzt auch, äh, nicht ganz so einfach sein wird. Nehme ich jetzt mal stark an. So. Ich wäre jetzt hier von hier. Da ist auf alle Fälle dieses Ding. Aber wie komme ich jetzt zu diesem Teil? Äh, das kann jetzt hier mal wieder ganz schön schwierig werden. Ich könnte mit einem Pferd da hin. Ja. Ich hab ihn. Okay, gut. Wieder mal wundervoll gemeistert. Jetzt bin ich aber erstmal auf der Suche nach Lockstein. Wo hatte ich denn überall mal welche gesehen? Das ist nämlich das Blöde. Hier waren überall welche. Und ich muss wieder überall welche suchen. Das ist schon ein bisschen mies. Okay. Da kommen wir jetzt hier nicht einfach so an Fjord weiter. Nein. Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Moment mal. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Erstmal kurz hier das Aufgaben-Menü machen. Gesucht und gefunden. Tränen des Berges. Brauchen wir nicht. Ne, das brauche ich nicht. Äh. Äh. Ne. Finde und Hütte den Abgesetztenkönig. Nein. So, okay. Stöcke und Steine. Wunderbar. Äh. Auf aktiv setzen. Dann machen wir das mal. Ich hoffe, dass das klappt. Funktioniert nicht. Schade. Okay. Also alles das, was man wirklich separat sucht. Das ist beschiss, ey. Wie soll man denn das finden? Na gut. Okay. Ähm. Wir haben uns auf alle Fälle mal umschauen müssen hier. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwo solche Locksteine zustande. Wieso ist denn dieses Ding jetzt hier? Na komm schon. Geh kaputt. Was auch immer du bist. So viele sind gar nicht mehr da. Wow. Yeah. Wunderbar. Dann noch hier ein bisschen. Aber ich muss auf alle Fälle mal von diesem dimmlichen Pferd runter. Komm schon. Jetzt. Wunderbar. So. Und hier schießen wir noch mal ein bisschen auf die Dinger. Wow. Komm. Geh kaputt hier. Und noch ein bisschen. Rata zonk. Ne. Das war das Falsche. Noch ein Stück. Wunderbar. Und es fliegt mal wieder. Wie geölt. Kann man sagen. Und Rata. Zonk. Oh. Was ist das denn? Wieso trifft das denn nicht? Badaboo. Okay. Ich wollte eigentlich treffen. Beim ersten Mal. Zucker. Oh. Das gibt es nicht. Der trifft einfach nicht. Das ist schon ein übelster Beschiss hier. Ich mache mir so eine Mühe. Und dann trifft er noch nicht mal. Na gut. Locksteine. Wo findet man Locksteine? Hier oben waren glaube ich keine. Oder? Nein. Hätte ich wahrscheinlich gehört. Na gut. Und Markierungen auf der Karte kann man leider auch nicht setzen. So dass man schnell von A nach hätte. Oder B kommen können. Oder so. Na gut. Werden wir mal so weiter reiten müssen. Okay. Und immer schön umschauen hier. Damit ich ja alle möglichen Locksteine mitbekomme. Ach. Ist das sowas von gemein ey. Jetzt muss ich die ganzen Dinger suchen. Vor allen Dingen 34. Der will mich hier wirklich verarschen. Will der mich. Was soll ich denn die Viecher alle finden? Das ist nicht mehr feierlich. Moment mal. Das hier ist bestimmt irgendein guter Stein oder so. Moment mal. Ich gucke mal genau nach. Was das überhaupt für eine Quest genau war. Dummerweise. Kann man hier auf diese Tasten hier nicht drauf klicken. Man muss hier wirklich immer mit den Pfeiltasten hier alles machen. Finde Machtsteinbissen und finde Widerstandssteinbissen. Ja. Ich habe nur zwei Widerstandssteinbissen zu besorgen und zu ihm zu bringen. Bringe ihm eine beliebige Kombination aus drei Steinen, um eine Belohnung zu erhalten. Aus drei Steinen. Okay. Und wieder eine beliebige Kombination aus drei Steinen. Super. Aber wenn es insgesamt 34 Steine sind und eine Kombination aus drei Steinen, dann bringt das irgendwie nichts, oder? Okay. Die Steine hier, die sind mir irgendwie suspect. Muss doch irgendwas sein. Aber egal. Die Teile hört man ja. Das ist das Schöne an den ganzen Dingen. Hier ist auch nichts. Reiten wir mal weiter. Das ist wirklich das Schöne. Da kann man wirklich durch die ganzen Level gehen. Und wenn man irgendwo so ein, naja, so ein Hummen hört, so ein Summen, Summen, Hummen, ein Humsummen, dann hat man es gefunden. Okay. Dann werden wir trotzdem mal fixier-Schnellreise hinmachen. Ja. Damit wir hier auch alles gefunden haben. Weil ich habe das Gefühl, hier war irgendwo noch einer von diesen Dingern. Jetzt muss ich auch noch mal schauen, ob hier hinten einer war. Nein. Hoppala. Und hier wieder nach unten. Super. Im Wasser war... Es hört sich an, als ob hier irgendwo eins ist. Aber unter Wasser können wir ja nicht schießen. Das ist auch günstig. Da können wir auf alle Fälle... Können wir davon ausgehen, dass hier nichts sein wird. Doch, hier ist was. Oder sind das die Dinger? Ach, da oben. Okay. Da muss man erstmal drauf kommen, ey, dass da was sein kann. Alter Schwede, ey. Wie soll ich denn da jetzt ja hinschießen? Das ist jetzt schon irgendwie beschiss. Okay. Treffen von unten schaffe ich jetzt nicht. So. Wo ist jetzt... Das ist doch jetzt gemein. Okay. Da muss ich auf die andere Seite, damit ich besser zielen kann. Das ist auch mies. Man kann nicht zu 100% nach oben schießen. Man ist begrenzt. Okay. Und wieder ein Minster. Stein der Mystiker. Mysteriöser Stein. Okay. Also wenn man wirklich nach... Wow. Und weiter nach oben. Super. Also wenn man wirklich nach dem Geräusch geht, dann schafft man das, diese Dinger wahrscheinlich zu suchen. Das Blöde ist, ich war halt schon mal überall in den ganzen Dingern drin. Da muss ich jetzt halt nochmal reinlaufen. Sowas hasse ich eigentlich. Wenn man dann überall nochmal durch muss. Nur um das Zeck dann zu suchen. Ja Gott, hier ist nix. Gucken wir uns also nochmal um. Hier unten im Wasser... Ist auch nix. Dann gucken wir uns hier unten. Zack. Und... Da war der Eingang. Hier müssen wir nach unten. Geh, 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 geh. Oh ja, da hat wieder die Kamera so gespackt. So, na dann. Hier wieder nach oben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will doch bloß an Land. Gut. Ist hier irgendwo was? Ich höre nix. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weil dann muss ich mir ja keine Gedanken machen, dass ich hier irgendwie was übersehen habe oder sowas. Und dann wieder zurück. Genau. Nach unten. Also dann. Gute Karte. Und Locksteine werden natürlich nicht angezeigt. Oh, es ist so beschiss, ey. Warum kann man die nicht automatisch auf der Karte markieren, wenn man, keine Ahnung, die fixiert hat oder so. Das wäre ziemlich cool. Nein. Okay, hier ist nix. Hier kann man wieder links und rechts durch rushen hier. Oh shit. Da bin ich nicht schräg genug hier drauf gehupft. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und ich bin drüben. So, was finden wir hier? Im Moment noch nichts. Wir sind jetzt einmal, glaube ich, im Kreis gelaufen, oder? Ja, hier ist dann wieder der Ausgang. Muss ich dann trotzdem nochmal schauen. Was ich hierher alles finde. Hier waren, glaube ich, mehrere. Ja, genau. Das gab es hier nämlich. Auf der anderen Seite ist nirgendwo sowas komisch Blaues, ne? Ja. Das sieht nur so aus. Na gut. Aber wir können trotzdem mal durch die Tür gehen, da. Das hat ja alles wunderbar geklappt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alle, hopp, und alle, hopp. Oh shit. Na, wunderbar gemacht. Mann. Beim ersten Mal hat das so krasse geklappt, ne? Und jetzt, wenn wir unbedingt was suchen wollen. Ach, na gut. Komm schon. Alle, hopp. Und dann wieder. Hopp, hopp. Und dann abgehen. Ja, jetzt haben wir auch nach oben, wenn es geht. Na, die, da, die, da, die, du. Oh shit. Ah ja, wir müssen ja hier runter. Dann hier nach oben. Und hier hinten ist auch kein Lockstein. Bloß was zum Schießen. Sonst hätte ich das hundertprozentig gefunden. Gut. Und? Lockstein ist hier keiner. Ich bin von der anderen Seite hier rübergekommen, ne? Ja. Dummerweise komme ich von hier nicht mehr zurück. Das ist ziemlich mies. Muss ich dann trotzdem nochmal schauen. Aber ich habe ja nichts gehört. Man hört das ja von Weitem. Es ist ja nicht so. Kann ich auch gleich mal wieder zurückgehen hier? Und dashen wir uns mal wieder zurück hier? Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt... Boah, knapper Spaß. Okay, nochmal. Ey, komm jetzt. Was ist sein Problem? Jetzt. Okay. So, dann haben wir hier noch ein bisschen zurück. Komm schon. So. Ab und zu erhalten nochmal diese Sprungrolle. Ist, äh, ja. Ziemlich nett. Und nochmal, was ich denn war. Okay, hier sind wir hochgeklettert. Da will ich jetzt mal schon nach diesen separaten Gang suchen. Okay, ja. Unter Wasser gibt es das Zeug ja nicht. Oh, Mann. Wow, das war echt knapp gerade. So, wieder nach oben. So, und nochmal nach oben. Ah, und diesmal hat er nicht mehr so rumgespackt wie sonst. Oder wie beim Anfang. Diesmal ging es relativ gut von der Hand. So. Schön wäre, wenn das kein... Schuh wäre, sondern ein... Oder beziehungsweise kein... Mal, wo kam er hier? Ja, hier unten gab es auch nichts. Hier war bloß dieses Becken. Dann gab es hier irgendwo Level 2. Und das dürfte es eigentlich gewesen sein, ne? Hier gab es einen Hebel und sonst nicht. Ich hoffe doch. Hätte vielleicht auch auf die andere Seite gehen können und irgendwas sprengen. Aber das war es dann. Okay, na dann. So, wo sind wir jetzt so lang gegangen? Wir haben jetzt hier oben erstmal alles abgesucht. Dann waren wir eigentlich auch auf der unteren Ebene hier, glaube ich. Müssten wir gewesen sein. Und diese beiden Dinge haben wir theoretisch auch noch gemacht. Egal. Ich werde jetzt hier nicht mehr weiter suchen. Ich hoffe einfach, hier gibt es nichts mehr. Weil das wäre sonst echt überstoppisch. Moment mal, wo ist jetzt dieser Kackausgang? Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Shit. Ach, hinten hätte ich gemusst. Ah, ne, Moment. Wo hätte ich lang gemusst? Oh, hier kommt man natürlich nicht durch. Das ist gemein. Dann muss ich jetzt hier erstmal wieder nach unten, glaube ich. So, da lang. Na komm schon. Hallo. Jetzt. Und noch ein Stück, weil es so schön war. Ein bisschen schneller, bitte. Und jetzt hier nach oben. Ich glaube, wir hätten einfach anders laufen sollen. Da wären wir fixer gekommen. Ich glaube, von hier kommt man nicht mehr. Doch, man kommt hier wieder zurück. Das ist sehr schön. So, ja doch. Wir haben noch einen Ausgang gefunden. Danke. Moment mal, ich muss ja eigentlich... Ich kann ja schnell Reise machen hier. Hier war nichts mehr. Ich habe mich ja von hier teleportiert. Und hier oben kann ich auch noch nicht hin. Die Klageklippe. Da werde ich jetzt erstmal fix schnell Reise hin machen. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Mit ein bisschen Glück. Die ganzen großen Gebiete, wäre ich... Ja, die wäre ich jetzt nochmal fix absuchen gehen. Na komm schon. Ist hier irgendwo... Irgendwas, was wie so ein... Könnten das keine Trommelschläge oder sowas sein? Das wäre ziemlich cool. Irgendwas, was ein bisschen mehr Charakteristik aufweist. Als einfach nur diese Steine. Na gut. Das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Gut, den hatten wir eigentlich. Kann man hier hoch? Ich weiß gar nicht, ob man hier hoch konnte. So, na dann. Was ist hier oben? Nichts. Okay, gut. Auch keine speziellen Steine. Adiadidi.